Der Equalizer gehört zu den wichtigsten Werkzeugen in der Musikproduktion. Wir nutzen EQs, um in einzelnen Spuren Störfrequenzen zu entfernen oder abzuschwächen, aber auch um die schönen Signalanteile zu verstärken. Gleichzeitig gibt es auch Equalizer, die ihre eigene schöne Klangfarbung haben. Auch in Summensignalen bis hin zum Mastering für den letzten Schliff werden jede Menge Equalizer eingesetzt. Und heute fangen wir einmal ganz vorne an und schauen uns an, wie ein EQ funktioniert, warum der so wichtig ist und was wir damit machen können. To Equalize heißt ausgleichen oder angleichen und was wir angleichen sind Frequenzen. Frequenzen sind Schwingungen und für die Musik interessant ist, wie schnell die schwingen. Das wird angegeben in Schwingungen pro Sekunde und die Einheit ist Hertz. Nun gibt es einen Bereich, den der Mensch wahrnehmen kann. Das ist von 20 Hertz bis 20.000 Hertz oder auch 20 Kilohertz. Das heißt, Schwingungen, die 20 Mal pro Sekunde stattfinden, sind die tiefsten Töne, die wir wahrnehmen. 20.000 Schwingungen pro Sekunde wären die höchsten Töne, die wir wahrnehmen. Und ich würde einmal diese Töne zeigen, zumindest ein paar davon. Ich habe hier einen Generator, der Sinusschwingungen erzeugt und damit zeige ich einmal ein paar Frequenzen. Sinusschwingungen sind einzelne Frequenzen. Das klingt so. 200 Hertz. 1000 Hertz sind 1 Kilohertz. 2 Kilohertz ist eine Oktave davon, eine Frequenzverdopplung. Und eine höhere Frequenz. 10.000 Hertz. Klingt so. 10 Kilohertz. Je nach Abhörsituation möglicherweise schon schwierig zu hören. Das sind die einzelnen Frequenzen. Und für ein Musiksignal interessanter ist das natürlich jetzt im Kontext von einem komplexen Signal. Zum Beispiel einer Stereosumme. Dazu zeige ich jetzt hier einmal an einem Instrumental, wie das klingt, wenn man einzelne Frequenzen in einem komplexen Signal anhebt oder auch absenkt. Dabei merkt man schon eine Sache. Wenn ich Frequenzen verstärke, also wenn hier die Grafik nach oben geht und Frequenzbereiche stärker werden, ist das für unser Gehirn wesentlich einfacher zu verstehen, was passiert. Wenn wir Frequenzen entfernen und leiser machen und die nach unten rausziehen, merken wir schon auch, dass etwas sich verändert. Aber unser Gehirn hat Probleme zu erkennen, was genau passiert. Deshalb ist schon mal eine gute Faustregel, wenn man Frequenzen sucht, wenn man einen Bereich finden möchte, den man entweder stärker oder schwächer machen möchte, ist es immer einfacher, wenn man diese Frequenz reintritt, um zu suchen. Also auch Störsignale, die man danach entfernen möchte, findet man am einfachsten, indem man sie verstärkt. Und das werde ich gleich auch noch zeigen. Beim Einsatz von Equalizern unterscheidet man zwischen zwei Möglichkeiten, die zu verwenden. Es gibt einen technischen EQ und einen musikalischen EQ. Das können dieselben Plugins sein. Die Frage ist, wofür setzt man die gerade ein? Technischer EQ bedeutet, man entfernt Signale, die man nicht mag. Störsignale oder Frequenzen, die zu laut sind. Also das sind jetzt in dem Fall noch keine künstlerischen Entscheidungen. Deshalb eben auch die Bezeichnung technischer EQ. Und musikalischer EQ wäre dann, wenn die Störsignale bereits entfernt sind. Wenn man einfach versucht, aus musikalischer Sicht, aus Sicht vom Gesamtsound, das Signal nochmal zu verbessern. Ich würde jetzt einmal einen technischen EQ zeigen. Dazu habe ich eine Vocalaufnahme von Vega. Und da würden wir jetzt versuchen, ob wir Frequenzen finden, die nicht so schön sind und die wir erstmal rausziehen. Gründe gibt es viele dafür. Jede Stimme klingt anders, jedes Mikrofon hat eine eigene Charakteristik. Jeder Raum, in dem das Mikrofon steht, hat einen starken Einfluss. Das ist ganz oft der Haupteinfluss, was wir danach rausziehen müssen aus den Frequenzen. Und deshalb gibt es jetzt hier keine festen Frequenzen, die man empfehlen würde, sondern das ist schon so, dass man da einfach hinhört und dann versucht, was zu finden. Ich werde jetzt diese Vocalaufnahme von Vega einmal abspielen und dann schauen wir, ob wir Frequenzen finden, die uns stören. Wenn dir alles das gelingt, was du versuchst, dann versuchst du nicht genug. Ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet und es gab jetzt drei Frequenzen im Wesentlichen, die mich gestört haben. Und ich würde eine davon zeigen, indem ich sie verstärke. Dann wird, glaube ich, relativ schnell klar, warum die stört. Wenn ich diese Frequenz übertreibe, also noch stärker anhebe, dann klingt es sehr topfig und klingt einfach nicht schön. Und deshalb nehmen wir die Frequenz raus, weil die ist einfach zu stark vertreten. Wenn dir alles das gelingt, was du versuchst, dann versuchst du nicht genug. Ich habe versucht, bis ich verblut. Das könnte zum Beispiel eine Resonanzfrequenz vom Aufnahmeraum sein. Und ich würde jetzt einmal den Equalizer bypassen, damit wir das Signal vor und nachher vergleichen können, wenn ich diese drei Frequenzen entfernt habe. Die Stimme klingt viel schöner und deutlicher auch. Und weniger topfig mit diesem Equalizer. Und das wäre jetzt eine gute Basis, um weiterzumachen. Also um dann zu komprimieren, vielleicht noch zu deessen. Zu diesen ganzen Themen haben wir eigene Videos. Aber jetzt hätten wir mal eine gute Grundlage, um in den Mix zu gehen sozusagen. Und dann auch Räume draufzumachen und die ganzen weiteren Schritte. Aber das wäre ein schöner technischer EQ, um eben ins Mixing einzusteigen mit dieser Vocalspur. Das waren die Grundlagen zum Equalizer. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt für weitere Videos, bitte auch. Und wir sehen uns dann in den nächsten Teilen.